Zum 28. Mal konnte am Wochenende das Bruchstraßenfest gefeiert werden. Zwar waren die Anwohner in Feierlaune, allerdings belohnte das Wetter die Aktiven nicht. Regen mit nur vereinzelten Pausen ging über dem Straßenfest nieder. Zu Beginn des Straßenfests wurde der traditionelle Fassanstich von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz vorgenommen. In ihrer vorangegangenen Ansprache machte die Oberbürgermeisterin den Veranstaltern mit den Worten Mut, dass ihnen schließlich die innerliche Sonne scheine. Für die Kinder bot das Fest verschiedene Attraktionen wie Schminken und eine Sechstationen-Olympiade. Gestärkt werden konnte sich neben kühlem Gerstensaft und anderen Kaltgetränken mit Würstchen vom Grill, Kuchen, Waffeln und zum Aufwärmen Kaffee. Die mit nur knapp 1000 Gästen wetterbedingt gering ausgefallene Besucherzahl konnte ein abwechslungsreiches musikalisches Programm erleben. Auf dem Bühnen-Lkw machten am Nachmittag echt Jazz den Auftakt, die das Publikum in der Bruchstraße mit einem Mix aus Eigenkompositionen und Standards unterhielten. Die weiteren Bands des Tages waren die Rigbees sowie Miller & Heath. Über den Tag eingenommene Spenden sowie die Einnahmen aus einer durchgeführten Tombola gehen an die Fördervereine der Sophie-Scholl-Schule und der Helmut-von-Brackenschule. Untertitelung des ZDF für funk, 2017